Hi, ich bin gut. Wie geht es dir? Sind Sie ein Simba-Fan? Ja, es war ein tolles Spiel, ein tolles Spiel. Wie fühlst du dir heute? Simba hat zwei Gäste gewonnen, und sie haben fast fünf Punkte in der Gruppe. Hast du Simba gesehen? Ja, ich hoffe, sie kommen zu der nächsten Stelle. Ich bin sehr sicher, wenn sie so spielen. Und das nächste Spiel ist gegen Asak Mimosas. Hast du gesehen, dass Simba dort drei Punkte bekommen? Ja, definitiv, wenn sie so spielen. Ja, sie werden. Hast du Onana gesehen? Wer? Der Spieler hat zwei Gäste gewonnen. Ja, sehr gute Gäste. Ich hoffe, dass er mehr auf der Gruppstage gewonnen wird. Wie Cristiano Ronaldo? Noch nicht, aber vielleicht kommt er wie Cristiano Ronaldo. Was? Vielen Dank.